Ich wünsche euch allen viel Spaß hier in den nächsten zwei, drei Stunden auf dem Marktplatz in Fürstenwalde. Viel Spaß! Wir sind heute als Wahlweckerteam in Fürstenwalde beim LSB Cup. Tore für Demokratie und ich freue mich total drauf. Hier ist viel los. Wie war das erste Spiel für euch? Sehr anstrengend, vor allem, weil es in der freien Sonne war. Aber ich fand, wir haben alle fair gespielt und darum geht es ja bei dem Ganzen. Es ist anstrengend. Körperkontakt ist unvermeidbar. Hat trotzdem Spaß gemacht. Super Team, finde ich. Und auch die anderen waren ein super Team. Ja, also ich fand dafür, dass wir in der Unterzahl irgendwann plötzlich waren, haben wir uns super geschlagen. Wir haben ja auch ein Tor gemacht. Ich muss sagen, es war echt fair play. Ich bin Sascha Queck. Ich bin Sozialarbeiter und arbeite mit Jugendlichen, die in rechte Szenen abdriften. Und ich kann allen sagen, wer seine Chance mit 16 Wählen zu wählen nicht nutzt, kann Dinge nicht mitbestimmen, die jeden von euch betreffen. So, macht es! Wie geht es? Wie geht es? Vielen Dank.